Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming with Ben ohne Spielen heute mal, wohl wir werden jetzt ne Fahrradtour machen. Ich und Mutti ist auch dahinten, da Mutti! Und zwar wir fahren jetzt von hierher nach von Neuparnsdorf bis nach Baselow mit dem Fahrrad, wir brauchen knapp hin und zurück zwei Stunden glaube ich mal und als alte eingefleischte Nerds habe ich mal gedacht wir bewegen uns mal ein bisschen und fahren jetzt erstmal ne Fahrrad und ich werde das ein bisschen filmen zwischendurch und mal schauen. Da dieser leere Blick, dieser trostlose und leere Blick. So auf geht's Faulabera! Er will mich umbringen! Den Ton werde ich eh rausnehmen, wenn ich nur mit sehr schnell Musik unterlege. Er will mich umbringen, wenn ich nur mit dem Fahrrad und ich werde das ein bisschen mit dem Fahrrad und ich werde das ein bisschen filmen. So auf geht's Faulabera! So auf geht's Faulabera! So auf geht's! So auf geht's Faulabera! So auf geht's Faulabera! Das war's. Eine Stunde später, wir sind endlich in Basel angekommen und jetzt gibt's auch mal ein leckeres Eis, Hanska isst schon, erstmal entspannt ein bisschen, wir sind hier an der alten Kaffeeschmier in Basel, könnt ihr mal sehen, da, jetzt gibt's erstmal, oh, wenn ich das hochkriege hier, schön lecker Eis hier, mhhh, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mir ist auch warm. Ich sterbe gleich hier. Wir sind immer noch in Basel, gerade noch ein bisschen entspannt. Franz ist schon voll dabei. Er ist schon voll dabei, sag ich doch. Wir werden jetzt noch mal kurz entspannen und dann geht es gleich wieder ab heimwärts. Wir sind hier gerade am Basel-Ruhrer Teich, könnt ihr einmal sehen. Sehr idyllisch, sehr idyllisch. Also, wir sind hier bei Neupanzav losgedüsert. Da sind wir losgefahren. So, dann sind wir Richtung Landweg, Richtung Alpanzdorf, dann da einmal noch. So weit sind wir gefahren. Und dann einmal hier rüber. Dann wieder Landweg. Eine kleine Brücke. Dann sind wir auf dem Radweg gedüselt. Und dann waren wir nachher im Basel. Genau da, 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 da. Und jetzt sind wir den ganzen Weg wieder zurückfahren. Genau. Die 9,8 Kilometer. Wieder zurückdüsen. Und dann sind wir auch wieder zu uns. Also in circa drei Stunden. Ja. Google Maps sagt, wir brauchen 35 Minuten. Bezweinig. So, auf geht's. In den Sonnenuntergang. Es ist noch gar nicht so spät eigentlich, aber egal. Oh, ich werde mal lieber nach vorne gucken jetzt, bevor ich hier noch gleich einen Unfall baue. Ich melde mich später nochmal. Oh. Hey, wir haben noch gar nicht abonniert. Ich mach nachher nochmal eine Aufnahme. Oh. Ah. 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 immer diese raser hier wirklich kann ich manchmal nicht verstehen ja die will ich mir der erster sein so acht stunden später anstatt eine wir sind wieder zu hause wir sind aber nicht gestorben bis jetzt sehr gut so das video gefallen hat und rechts abonnieren button damit nichts mehr passt von mir und von anderen tollen radtouren die ihr in zukunft ihr auch vielleicht seht auf diesem kanal bis nächstes mal bei geest bern und bis dann natürlich immer schon weiter zocken hause rin ja geh schlafen